Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Hauptsache es ist catchy. Zu finden ist dieser Challenge bei Alligator1024, dem alten Doper. Ausland. Chinesische Publisher verbieten nicht nur Ingame-Bilder und Videos, sondern auch Reportagen. Schuss ins eigene Knie? Technik. YouTube baut alte Features wieder ein. Videos sind auf öffentlich, können jedoch nur über Kanal gesehen werden. Kanalansichten steigen rapide an. Sport. Zu viele verrückte Orangen tun dem menschlichen Körper nicht gut, wie das britische Sportmedienzentrum herausfand. Komische Lache ist ein Virus, die davon erzeugt wird. Religion. Immer mehr Religionen werden catchy. Sie fanden den Beat. Der Beat befahl, seid catchy. Leute. Orangen überfallen Ananas. Real annoying. Wirtschaft. Immer mehr Leute schauen Nachrichten. Unser Nachrichtensprecher meint, geil. Wetter. Hohe Heizungskosten führen zu Abschaltungen und damit verbundenen Erfrierungen einzelner Gliedmaßen bei PC-Nutzern. Hugo Egon Balta, Name der Anmerkung der Redaktion, Name geändert, meinte dazu, geil, Übertakten geht wieder, aber dafür fehlen mir meinen Feuerfinger. Nehmt euch in Nacht vor Unterkühlung eures PCs. Ich bin Hello1986, das waren die Amt-Nachrichten. Bis dann.